Mein Name ist Rainer Kindelmann. Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung der Hellwach-Gruppe und darf Ihnen unser Assistenzsystem MyStella vorstellen. Wir haben es MyStella, dein schützender Stern getauft, weil wir darin 120 Jahre Erfahrung als Sicherheitsdienstleister und Betreiber einer Notrufzentrale einfließen lassen haben. MyStella ist also nicht nur ein Notrufsystem, sondern eigentlich eine kleine Sicherheitszentrale mit dazugehörigen Dienstleistungen. Alle mit dem Ziel, uns ein möglichst langes, selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu gewährleisten. Und sollte einmal Pflegeunterstützung notwendig sein, ist diese abzusichern und so gut wie möglich zu entlasten. Trotz allem Engagement der Angehörigen kann nicht immer eine 24-Stunden-Betreuung sichergestellt werden. Und selbst dann gibt es Unterbrechungen wie für Besorgungen oder Erledigungen, wo der Pfleger nicht vor Ort ist. Für diesen Zeitraum der Nicht-Erreichbarkeit, für diesen Zeitraum der Nicht-Versorgung ist ein Notrufsystem essentiell. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind allein zu Hause, stürzen und kommen nicht mehr auf. Sie sind nach einer Operation bettlägerig oder es hat sich jemand Zutritt in Ihre Wohnung verschafft und Sie bekommen ihn nicht mehr hinaus. Sie sind mit einer Zigarette eingeschlafen oder Sie haben das Essen am Herd vergessen. Vielleicht schlimmer, gar vergessen den Herd abzudrehen oder das Gas abzudrehen. Für all diese Fälle gibt es bereits Sensorik und Smart Home-Lösungen. Doch mit MyStella ist es uns gelungen, ganz unkompliziert alles in ein Notrufsystem mit einer Notrufzentrale zu integrieren. Das Türschloss wird aufgesperrt. Das Türschloss ist aufgesperrt. Raumüberwachung wird in Kürze scharf geschaltet. Stellar hat einen Brand detektiert. Ich begrüße Sie Frau Huber, Stellar Service spricht. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Gewissenhaft nimmt sich Stellar Service einen Notruf an, informiert Freunde und Familie, stimmt sich mit Nachbarn und Pflegeorganisationen ab und ruft, wenn notwendig, Rettung, Feuerwehr oder Polizei. Und das 365 Tage, 24 Stunden am Tag. Die Stellar Basisstation wird komplett vorinstalliert ausgeliefert und muss nur an das Stromnetz angeschlossen werden. Plug and Play ist das Zauberwort. Mit MyStella gibt es ein Notrufsystem und den dazugehörigen Dienstleistungen einer Notrufzentrale für den gesamten deutschsprachigen Raum. Unabhängig vom Aufstellungsort oder von einzelnen Hilfsorganisationen oder den Kommunikationsnetzen, dank dem mobilen Internet funktioniert MyStella in ganz Europa. Mit MyStella in ganz Europa